So ihr Schnitten, seit dem letzten Galaxy Guide sind weitere vier neue Galaxien in TFT dazu gekommen, welche wir uns heute genauer anschauen werden und auf die unterschiedlichen Strategiemöglichkeiten eingehen wollen. Den Guide zu den ersten drei Galaxien findet ihr dabei nochmal in der Infobox, ich werde ihn euch jedoch auch am Ende in der Endcard verlinken. Starten wir also mit der Reroll-Galaxie, welche euch jede Runde einen kostenlosen Reroll schenkt. Sprich, ihr braucht keine zwei Gold ausgeben, was euch die Möglichkeit gibt, viel eher eure Units im Shop zu bekommen, die ihr braucht. Auf der einen Seite schreit dies ja nur noch förmlich nach 3-Star-Units, auf der anderen Seite werdet ihr jedoch auch merken, dass ihr vor allem am Anfang deutlich weniger Geld zur Verfügung habt, was eben daran liegt, dass ihr doppelt so viele Units im Shop zur Auswahl habt und damit eben auch mehr Units kauft, also im Optimalfall. Außerdem könnt ihr in der Reroll-Galaxie auch viel eher eine Comp spielen, die ihr wollt, anstatt das zu spielen, was ihr bekommt, da ihr eben mehr Auswahl habt. Es würde sich also anbieten, eine starke S-Tier-Meter-Comp zu spielen, auf die ich im Übrigen auch in den kommenden TFT-Trends wieder eingehen werde. Abonniert dazu gerne den Kanal und aktiviert auch die Glocke, falls ihr das noch nicht getan haben solltet und euch natürlich auch der Content gefällt. Wenn ihr also eine Reroll-Galaxie habt, versucht immer euren Gratis-Reroll zu verwenden. Ziel für euch sollte sein, eine starke Comp aufzubauen und eure Units auf ein hohes Level zu bekommen. Anfangs könnt ihr dabei so früh wie möglich versuchen, eure Units auf Level 2 zu bekommen und damit euch einen Vorteil zu erspielen, um in eine Winning-Streak zu kommen und euch von dem Bonus-Gold eure Economy wieder aufzubauen. Hier im Hintergrund könnt ihr dabei gerade mal sehen, wie ich in der ersten PvP-Runde mit vier Level 2 Units gestartet bin. Allerdings müsst ihr eben dafür auch am Anfang den einen oder anderen Gold-Drop bekommen, damit das Ganze auch möglich ist. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein kleines Beispiel, was überhaupt alles möglich ist. Denn hier hatten wir nämlich die Situation, dass wir vor der ersten PvP-Runde schon jemanden hatten, der Kha'Zix auf Level 3 bringen konnte. Das war zwar die einzige Unit für ihn dabei auf dem Board, da er kein Geld mehr hatte, sich weitere Units zu kaufen, konnte er jedoch trotzdem die Runde gewinnen. Nun gut, kommen wir damit also zur Superdance-Galaxie, welche euch eine Force of Nature schenkt, sobald ihr Level 5 erreicht. Die Force of Nature ist dabei wohl eines der besten und gleichzeitig seltensten Items in TFT und ermöglicht es euch, eine zusätzliche Unit mit reinzustellen. Sprich, mit Level 5 könnt ihr schon sechs Units drin haben, mit Level 7, 8 und so weiter. Kernidee ist dabei, dass ihr euch eine Comp zusammenbaut, die viele unterschiedliche Traits beinhaltet. Im Gameplay seht ihr gerade schon, wie ich am Ende acht verschiedene Traits hatte und damit auch den ersten Platz sichern konnte. Und falls ihr Cybernetic spielt, könnt ihr die Force of Nature dabei auch einfach noch eine Cybernetic Unit geben, wie beispielsweise Leona, um eben auch noch vom Buff zu profitieren. Und falls ihr die ersten drei PvP-Runden in der Superdance-Galaxie gewinnt und schon eine gute Comp im Kopf habt und natürlich auch die entsprechenden Units schon auf der Bank, könnt ihr nach dem zweiten Karussell schon direkt auf Level 5 gehen und damit noch zwei zusätzliche Units mit reinstellen, um damit auch wieder die Winning Streak zu forcen und eure Economy wieder aufzubauen. In der Star-Cluster-Galaxie sind alle Tier 1 bis Tier 3 Units im Karussell immer direkt auf Level 2. Allerdings gibt es im zweiten Karussell dafür noch keine Tier 3 Units. Das muss man an der Stelle natürlich auch dazu sagen. Auch in dieser Galaxie solltet ihr wieder versuchen, eure Units auf Level 3 zu bringen. Am Anfang habt ihr dabei auch übrigens die Möglichkeit, eure Level 2 Units zu verkaufen, um passendere Units im Shop zu kaufen. Später solltet ihr im Karussell dann immer nach den Units Ausschau halten, die ihr haben wollt und vielleicht auch schon habt und später natürlich auf Level 3 bringen möchtet. Im Gameplay, was ihr jetzt auch gerade wieder im Hintergrund seht, konnte ich beispielsweise zweimal Ezreal im Karussell bekommen und brauchte damit nur noch drei weitere, um ihn auf Level 3 zu bringen. Prinzipiell könnt ihr in späteren Karussellen auch eher euch die Tier 3 Units schnappen, die ihr noch braucht anstatt der Epic Unit. Denn tatsächlich ist es wahrscheinlicher, eine Epic Unit im Shop zu bekommen, als dreimal dieselbe Tier 3 Unit. Und wenn ihr euch eh nur die Items interessieren und ihr die Wahl habt zwischen den Units, solltet ihr im Hinterkopf haben, dass ihr für eine Level 2 Tier 2 Unit 5 Gold bekommt, also vor Epic Units vorziehen solltet und für Level 2 Tier 3 Units ganze 7 Gold, also basically vor jeder Unit bevorzugen. Kommen wir damit also zur Treasure Trove Galaxy, die basically jeder spielen wollte und ich auch mich super drauf gefreut habe, in Wahrheit aber gar nicht so großartig besonders ist. Hier bekommt ihr nämlich von jedem Minion einen Loot Drop, aber das können eben genauso wie Items auch Geld oder Unit Drops sein. Es ist im Endeffekt einfach eine ganz normale Galaxie, nur dass ihr etwas mehr Gold und ein paar mehr Items zur Verfügung habt. Ich persönlich finde sie sogar recht unspektakulär, obwohl ich mich auf sie am meisten gefreut hatte. Aber vielleicht seht ihr das Ganze ja anders. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare von den Galaxien und ansonsten verlinke ich euch jetzt noch in der Endcard den letzten Guide und natürlich auch den nächsten Galaxy Guide, sobald es dann soweit sein sollte. Und wer mag, darf natürlich auch gerne wieder heute Abend um 19 Uhr auf Twitch vorbeischauen, dort werden wir nämlich wieder ein paar Runden TFT-Stream. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, haut rein und vielleicht bis nachher. Bis zum nächsten Mal.